Hallo liebe Fußballfreunde, kannst du alle Vereine der Fußballer erraten? Hallo und viel Spaß schon mal mit dem Fußballquiz. Heute zeige ich euch vier Vereine und ein Fußballer und du musst versuchen, seinen richtigen Fußballverein zu erraten. Wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. Dann schon mal viel Spaß mit dem Fußballquiz. Fangen wir auch gleich an mit dem ersten Spieler. Bei welchem Verein spielt dieser Fußballer? Was glaubst du? Stuttgart, Freiburg, Bochum oder St. Pauli? Und die richtige Antwort ist Enzo Milot vom VfB Stuttgart. Richtig, weiter geht's. So, wer könnte das sein und bei welchem Bundesliga-Verein spielt er? Heidenheim bei Bochum, bei Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach? Wo spielt dieser Fußballer? Die richtige Antwort, Robert Andrich, natürlich Bayer Leverkusen. Weiter geht's zum nächsten Spieler. Ja, erstmal welcher Fußballer ist das und bei welchem Verein spielt er? Kennst du seinen Namen und kennst du seinen Verein? Dortmund, Union Berlin, Augsburg oder St. Pauli? Die richtige Antwort, Jackson Irvine von St. Pauli, richtig. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder einen Stürmer, ein Fußballer, Entschuldigung. Bei welchem Verein spielt er und welcher Fußballer ist das? Und habt ihr ihn erkannt? Die richtige Antwort ist natürlich Marvin Duksch vom SV Werder Bremen, richtig. So, wen findest du besser aus der deutschen Nationalmannschaft? Musiala, Toni Kroos oder Florian Wirtz? Schreib deinen Favoriten gleich in die Kommentare. So, dann geht's auch gleich weiter. So, wo spielt dieser Fußballer? Bei Manchester City, Barcelona, AC Mailand oder Real Madrid? Und wie heißt der Fußballer? Hast du ihn erkannt? Dann schauen wir mal richtig, Rodrigo, Real Madrid. Und wenn dir das Fußball für Spaß macht, danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Wernas Fußballecke. So, welcher Bundesligaspieler ist das und bei welchem Verein spielt er? VfB Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg oder Hoffenheim? Richtig, David Raum von RB Leipzig. Sehr gut. So, zum nächsten Fußballer. Ja, wer könnte das sein? Und wo spielt er? Hoffenheim, Wolfsburg, Holstein Kiel oder FC Bayern München? So, die richtige Antwort ist? Richtig, Timo Weiner, der Torwart vom St. Pauli, äh, Holstein Kiel, Entschuldigung. So, welcher Fußballer ist das und bei welchem Verein spielt er? Arsenal London, Real Madrid, Manchester United oder PSG? Habt ihr ihn erkannt? Die richtige Antwort ist Bukayo, Saka, Arsenal London. Sehr gut. So, wen findest du besser? Ja, welchen Bundesliga-Verein findest du besser? Bayern München, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart oder Bayer Leverkusen? Schreib deinen Favorit auch gleich in die Kommentare. So, dann geht's weiter. Wo spielt dieser Fußballer und welcher Fußballer ist das? Spielt er bei Eintracht Frankfurt, Mainz, Werder Bremen oder Borussia Dortmund? Hast du den Fußballer erkannt? Die richtige Antwort, natürlich Donny Mahlen, Borussia Dortmund. Grüße gerinnen aus an Justin. So, welcher Fußballer ist das denn? Und bei welchem Fußballverein spielt er? Ja, habe ich schon mal gesagt? Danke für dein Like und danke für dein Abo für Werners Fußballecke. So, die richtige Antwort ist... Antoine Griezmann, richtig, Atletico Madrid. So, zum nächsten Fußballer. Ja, welcher Fußballer ist das? Und bei welchem Bundesliga-Verein spielt er? Bayern München, Union Berlin, RB Leipzig oder SC Freiburg? Die richtige Antwort, natürlich Konrad Leimer vom FC Bayern München. So, zum nächsten Spieler. Ja, welcher Fußballer könnte das sein? Und bei welchen dieser Fußballvereine spielt er? Liverpool, Barcelona, Inter Mailand oder Bayer Leverkusen? Die richtige Antwort ist... Lamin Jamal vom FC Barcelona, richtig. So, wen findest du besser? Welchen Stürmer findest du hier besser? Fülkrug vom BVB, Hurricane Bayern München oder Gurashi vom VfB Schuttgart? Schreib deinen Lieblingsstürmer in die Kommentare. So, ja, liebe Fußballfreunde, hat dir das Fußballquist Spaß gemacht? Wie viel hast du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir schon mal für dein Like und für dein Abo. Für Wernas Fußballecke verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.